Mein Name ist Faraii Steinhardt, ich arbeite an der FVA in der Beteilung Ballschutz und stelle Ihnen heute den Prax4Future-Verbund vor. Bei uns geht es um den langfristigen Erhalt der Esche als Wirtschaftsbaumart, um die Untersuchung des Eschentriebsterbens und den Umgang mit den befallenen Beständen. Zunächst die Projektstruktur im Überblick. Prax4Future ist ein Demonstrationsvorhaben, das erstmalig in Deutschland eine konzertierte Vorgehensweise zur Erfassung und Beschreibung und zum Umgang mit einem forstpathologischen Krankheitsbild erforscht. Wir machen das am Beispiel des Eschentriebsterbens. Darüber hinaus hoffen wir, dass wir Strukturen schaffen können, um auch für zukünftige erwartbare Schadereignisse in den Wäldern vorsorgen zu können. Es wurden fünf Forschungsverbünde ergründet und eine Ergänzungsstudie, die unterschiedliche Forschungsschwerpunkte verfolgen und sich eng vernetzen. Die Verbünde bestehen aus mehreren Teilvorhaben, insgesamt 31, die von verschiedenen Projektpartnern 21 über ganz Deutschland verteilte Institutionen bearbeitet werden. Die Projektlaufzeit begann im Juli 2020 und das Projekt endet im nächsten Jahr. Prax4Future wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Wie gerade schon erwähnt, kommen die Fördermittel der Projekte aus dem Waldklimafonds und der Projektträger ist die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. Zur Projektstruktur im Detail werfen wir jetzt einen Blick in die einzelnen Verbünde. Der Verbund Fraxpatt erforscht die Beziehung zwischen der Esche als Wirtsbaumart und dem Krankheitserreger Hymenuskyphus fraxineus. Dabei werden verschiedene Symptome, zum Beispiel Stammfußnekrosen, Triebinfektionen oder auch Blattnekrosen untersucht und innovative Ansätze zum Management des Pathogens angestrebt, zum Beispiel über mikrobielle Antagonisten. Der Verbund Fraxgen konzentriert sich auf die genetischen Fragestellungen innerhalb des Forschungsvorhabens. Die KollegInnen erforschen die molekular-genetischen Grundlagen der Resistenz gegenüber dem Eschentriebsterben. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auswahl von Plusbäumen. Außerdem werden Verfahren zur vegetativen Vermehrung unter anderem von kryokonserviertem Material entwickelt. Aus dem Verbund Fraxgen hören wir später noch zwei Vorträge von meinen Kollegen aus der Abteilung Waldnaturschutz. Der nächste Verbund Fraxmon wird während der Projektlaufzeit die Schadentwicklung in Eschenbeständen sowohl terrestrisch als auch fernerkundungsbasiert überwachen und hat dabei eine einheitliche Schadansprache. Verschiedene physiologische Analysen zur Vitalitätsdiagnostik werden durchgeführt und es gibt auch mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt Fernerkundung, die unter anderem an der Modellierung von Eschenvorkommen arbeiten. Im anschließenden Vortrag erfahren Sie hier mehr auch zum Schwerpunkt der Fernerkundung. Im Waldbau der Verbund Frax-Silber beschäftigt sich mit der Zukunft von Schadflächen, der Bestandespflege und dem Umgang mit Verjüngung. Außerdem wird der Einfluss von Mischbaumarten auf die Vitalität von Eschen untersucht. Frax Connect ist das Puzzlestück, das alles bisherige miteinander verknüpft und gleichzeitig der Verbund, in dem ich arbeite und das gesamte transdisziplinäre Forschungsvorhaben koordiniert. Das mache ich nicht alleine, sondern auch zusammen mit meinem Kollegen Tim Wurzler. Ein Schwerpunkt sind auch ökonomische Analysen zur betrieblichen Bewertung. Zu diesem Thema wird es heute ebenfalls noch zwei Vorträge von Kollegen aus der Abteilung Forstökonomie und Management geben. Im Mittelpunkt steht bei uns auch der Business-Transfer in die forstliche Praxis. Und dann gibt es Fraxvir, eine Ergänzungsstudie, die 2021 gestartet ist und sich mit dem Einfluss von Virusinfektionen als zusätzlichen Stressfaktor auf die Eschen beschäftigt. Sie sehen, dass Frax for Future zusammengenommen sehr umfangreich und vielfältig ist. Auf unserer Homepage fraxforfuture.de können Sie nochmal ausführliche Informationen zu den einzelnen Teilvorhaben, zu Veröffentlichungen und auch Ergebnissen finden. Nun kommen wir zu einem Kernstück bei uns im Projekt, und zwar unsere bundesweiten Untersuchungsflächen. In Frax for Future gibt es insgesamt 14 Flächen, die gemeinschaftlich von mehreren Projekten untersucht werden. Drei weitere Flächen gibt es speziell für Fraxvir, das sind Samenplantagen und auch Klonflächen. Die Flächen, die Sie hier auch auf der Karte sehen können, befinden sich in verschiedenen Regionen Deutschlands und repräsentieren damit auch verschiedene Naturräume und Standortsbedingungen. Eine Voraussetzung war, dass der Gesundheitszustand der Eschen auf den Flächen möglichst die gesamte Breite der Vitalitätszustände abbilden soll. Nahezu alle Eschen weisen mittlerweile leichte Symptome des Eschentriebsterbens auf, voll vitale Bäume gibt es so gut wie keine mehr. Auf unseren Untersuchungsflächen gibt es eine circa 1 Hektar große Kernfläche. Die Verjüngung darin wird mit einem Zaun geschützt. Es gibt eine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu, unter anderem wird dort die Projektstruktur und auch die Untersuchungsflächen erklärt. Der Link wird hoffentlich im Chat geteilt, da können Sie dann bei Bedarf auch nochmal nachlesen und sich im Detail informieren. Auf diesen Untersuchungsflächen werden die Bäume mehrfach jährlich bonitiert, einmal im Winterzustand und einmal im Sommer mit Belaubung. Dafür wurde bei uns im Projekt ein Boniturschlüssel zur terrestrischen Ansprache entwickelt, der auch projektübergreifend genutzt wird. Es ist eine bundesweit einheitliche und umfassende Anreichung zur Eschenbonitur herausgegeben durch die FNR. Angesprochen werden dort sowohl die Krone als auch der Stamm von Altbäumen und die Merkmale sind in bestimmte Schadstufen eingeteilt. Darüber hinaus gibt es auch einen Schlüssel für die Jungeschenansprache. Nun möchte ich Ihnen erste Ergebnisse dieser Bonituren zeigen. Sie sehen die Bonitur des Kronenzustandes im Winter 2021-2022. Es gibt ein Ampelsystem von grün bis rot, sogar bis lila. In der Stufe 1 haben die Kronen nur erste Symptome, leichte Symptome, die werden immer stärker bis zur Stufe 4 mit einem sehr stark geschädigten Kronenbereich und 5 sind dann sogar abgestorbene Bäume. Bei der Betrachtung der Kronenschäden zeigt sich, dass fast keine vitalen Eschen mehr in Deutschland zu finden sind. Einige Untersuchungsflächen scheinen weniger stark geschädigt. Hier zum Beispiel Sachsen-Anhalt, Niedersachsen oder auch Sachsen im Vergleich zu zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg oder auch der baden-württembergischen Flächen. Und wenn wir uns die Stammfuß-Nekrosen anschauen, die ebenfalls nach dem Ampelprinzip aufgebaut sind, grün, keine Nekrosen am Stammfuß bis rot, fortgeschrittene Nekrosen, zeigt sich auch, dass die Flächen in Baden-Württemberg oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg sehr stark geschädigte Stammfüße aufweisen im Vergleich zu den Flächen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt oder auch Sachsen. Lässt sich also sagen, dass im Nordost- und Südwestdeutschland der Anteil der stark geschädigten Eschen höher ist als in Mitteldeutschland. Abschließend bleibt aber auch zu sagen, dass das Ganze nur eine Momentaufnahme ist. Die letzten Bonituren und auch Auswertungen stehen noch aus und von den einzelnen Flächen lässt sich natürlich auch nicht direkt auf das gesamte Bundesland schließen. Wie geht es weiter bei uns im Projekt? Wir sind sehr breit aufgestellt, aber können bis zum nächsten Jahr natürlich nicht vollumfänglich das Eschentriebsterben erforschen. Wir arbeiten aber daran, dass die Ergebnisse unserer Expertinnen in einer Handlungsempfehlung für die Praxis einfließen, die Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Wir möchten dabei verschiedene Akteursgruppen einbinden. So planen wir zum Beispiel auch im Laufe dieses Jahres, uns Feedback zur Handlungsempfehlung von PraktikerInnen zu holen, damit wir eben wissen, dass unsere Empfehlungen und Maßnahmen für die Praxis gemacht sind und in der Praxis auch sehr gut ankommen. Sobald es dazu etwas Neues gibt, erfahren Sie das auf der RVA-Seite und natürlich auch über den Internetauftritt unseres Projekts frax4future.de. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Vielen lieben Dank, Ferai, für deine Übersicht. Das ist ja schon ein ziemlich großes Paket. Fragen sind jetzt im Moment im Chat nicht, aber trotzdem vielleicht. Vielleicht eigentlich, wenn man sich überlegt, man erwartet wahrscheinlich von so einem Projektart oder von so einem Verbundvorhaben vielleicht, dass es jetzt so ganz rein wissenschaftliche, mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen unter Verbünde gibt. Und jetzt ist ja ein eigener Verbund mit der Koordination, dem Wissenstransfer und der Ökonomie beauftragt. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich und vielleicht möchtest du da nochmal was dazu sagen. Genau, ich habe ja hoffentlich aufgezeigt, dass es sehr, sehr vielfältig ist, sehr verschiedene Forschungsbereiche gibt. Und wir haben gemerkt, dass es eben total wichtig ist, dass einerseits die Forschungsprojekte innerhalb ihrer eigenen Verbünde verknüpft sind und sich austauschen, aber dass es auch total wichtig ist, sich verbundübergreifend auszutauschen. Und gerade diese Vernetzung verbundübergreifend, da bedarf es doch manchmal einfach jemanden, der vielleicht nicht mittendrin steht, sondern einen Schritt nebendran, der das Ganze dann nochmal mit einem anderen Auge erblickt und vielleicht auch Input geben kann, Hinweise, was es für Möglichkeiten gibt, sich miteinander auszutauschen und zu vernetzen. Vielen Dank.